ja hallo liebe leute eigentlich wollte ich euch nur ganz kurz vor beginn dieser folge informieren was damit auf sich hat wir bestimmt schon gesehen habt ist es ja nicht die erste sondern so gesehen die nullte folge und ja es ist also noch nicht der offizielle start des displays lasst mich das erklären akira und ich haben schon ein paar mal versucht und hab hat schon angefangen auf sind aber wir hatten hatten immer diverse große fails weil wir das spiel selber noch nicht bei den ich gespielt haben ich gar nicht sie nur ein bisschen und da hatten wir den anfang ein paar felserinnen wollten hat dann das nicht gleich direkt als start nehmen aber wir haben uns gedacht das einfach wegzuschmeißen wäre auch schade weil es einfach so verdammt lustig war und da haben wir uns gedacht wir ließen wir das exklusiv nur für euch heute als nullte folge ja die reguläre erste folge der reguläre stelle des place kommt dann morgen ganz normal um 14 nur wenn alles glatt läuft und ja ich hoffe euch gefällt diese kleine zusatz folge freut euch mehr als jetzt denkt warum geht es nicht los und ja morgen dann erste folge heute nullte folge mit den fels und bevor ich jetzt noch viel viel länger mit dem heißen teil herum rede wünsche ich euch jetzt viel spaß mit dem ersten fail let's go fail 1 die verbindungsprobleme hallo und herzlich willkommen meine lieben zu einem neuen dass wir hier und ich bin nicht alleine zu dir ist dabei hallo wir spielen don't stop together ich hab's noch nie in meinem leben gespielt und werde ganz oft sterben nein es wird es wird eine herausforderung es wird chaotisch vorweg ich habe servereinstellungen getroffen dass wir ohne herbst und ohne sommerspiel so erst mal so zum einsteigen genauso so für noobs wie mich das erst mal alles langsam und sonst spielen wir den frühling und sind im ersten sommer tut so jetzt kommt die charakterauswahl ich habe mich ja schon ein bisschen rumgeklickt ich mein wirsten kenne ich ja schon den haben wir die meisten im display genommen in einem ja ist ja der standard ne mag willow und randy mag ich sehr wenn die halt wegen dem geist weil der noch mitkämpft ne ja ich werde auf jeden fall einen typ nehmen ich könnte auch das monster nehmen webber das sieht süß aus putzig was kann der kann ach ja dann könnten wir du das wäre eigentlich gar nicht schlecht weil dann könnten wir spinnen auf unsere seite ziehen und auch irgendwas mit seinem bart aber nur du die spinnen greifen mich dann trotzdem und du kannst mir nicht helfen bei den spinnen das ist das ist doof ich glaube das ist nicht so gut wenn ich dann spielen bringe und ich dich dann lesen ja deine freunde mich dann aufessen wollen ja wurde ich dem aber wolfgang geschalt ist afraid of the dark and monsters ist es halt ist er doof weiß ich über stark krasse typ aber angst vor monstern ja nee das ist das eigentlich das ist das anders ein roboter ne ja deutschland damit bei water kein upgrade mit gears kompliziert zu spielen kann ich würde jetzt schon mal sagen okay und wo die ist hat so der der feld gern bäume das kann man schon seinem bild entnehmen wo ich habe keine geheimnis wo die kenne ich auch noch nicht ich glaube da wirst du nicht echt langweilig ne erfüllen anfang vielleicht gar nicht verkehrt oder ja was hier einer wolfgang nein das ist das ist doch voll behindert warum ja der stark hat aber angst vor dunkelheit und monstern dadurch ist er wieder angst vor dunkelheit und monster oder ich nehme er vielleicht ein tic mehr aber an sich haben es alle er ist der terrible secret es würde mich interessieren was dieses secret ist erst mal weil sie ein teddy hat und außerdem sie vorher nicht spielen mit werden machen wir müssen und will oder dann passt es oder okay bist du bereit ich bin bereit ich habe schon auf google klickt dann drücke ich jetzt auf gut oh gott es sind hier das ist schon mal sehr schön dass wir mit nacht starten so was müssen das ist doch sehr laut moment okay es weckt ich glaube ich muss den upload ja immer aus den upload kurz beenden moment und professionalität moment schließen so disconnected wow wow patrick das ist doch 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 kann das so connecting moment geht gleich weiter ich habe die sounds runter gestaltet müsste es theoretisch lauter sein gut okay upload ist gestoppt alles hier mein kumpel bernie so hallo hallo was ich machen kann nein nicht verbrennen ich habe nichts gemacht wird soll keine ja stimmt auch nehmen mit rechtsklick mache ich mein zeug ne was passiert hier was ist das aber ich will die karotte haben dann holst du dir mit links klicken kannst du alles sammeln ja ich weiß ich will wieder zurück was wahrscheinlich wenn ich da ja alte stimme nicht mehr klein ja aber du siehst was deswegen ist es ja die wir haben nicht installiert dass wir gegenseitig sehen können wo der andere gelaufen ist schon ja ich komme wenn wahrscheinlich am anfang sehr oft zusammen rumlaufen weil ansonsten wird einer ich denke mal akira wäre es dann ist er schnell sterben ja ich mich sei schon mal vorweg wir haben pvp ausgestellt also wusste ich gar nicht man es gibt ja pvp wie dumm ist das denn ja gibt es von stein auch immer hier schon mal gold aber wir brauchen jetzt diese kleinen flints um uns werkzeug zu machen wie kriegen wir die die finden die könnten hier irgendwo rumliegen das ist doch eis das eis brauchen wir eh nicht okay kann man hier eigentlich runterfallen ins wasser sehr gut ich glaube das spiel läuft gar nicht in 60 fps kann das sein das kann sein keine ahnung ich gucke es mir beim rennen an da sieht man es besser wenn man es wenn man sich die videospur noch mal anguckt beständig schneller als ich nur eigentlich nicht kann man irgendwie rennen oder so ganz auf der straße laufen ein bisschen schneller ich bin überhaupt nicht auf der straße ich bin überhaupt nicht auf der straße ja wahrscheinlich egal wo wir jetzt anfangen unser lager schützt ja ja das ist halt sobald wir steinchen finden halt was ist das dann stein das wundert mich dass wir noch keine gefunden oh cool ein pilz mit dem pilz mit sleeping cool katzen waschbären es wird ruhig recht dunkel brauchen echt stein hilfe na gut die erste aufnahme ist dann schon mal erste folge sterben wäre gut ich weiß warum sind hier nun steine weiß ich auch nicht hier sind die hier sind die schweine die kinder ist man nicht die haben sogar namen vorgottes wird noch das ist wenn wir bei dem bleiben überleben wir dann eventuell opik hat jetzt jetzt muss ich spontan an until dawn denken also nachgemacht also dieses dieses rote dunkel da können wir immer noch sehen schlimm ist nur das ganz dunkle aber warum finden wir keine steine eine schlechte welt ne ja da ist ein nachtpilz gut gegen geisteskrankheit aber immer erst kochen geisteskrankheit der der pilz wird mich nicht einnehmen ich mich kann nicht sein ach so ah ja entweder sie sind okay aber warum sind denn nirgends diese steine ich finde ich finde das nicht gut ich muss ehrlich sagen ich auch nicht nein guck mal hier der schweinekönig hallo den können wir später spielzeug im ring spielzeug also hier ist schlecht aber wie viel pech können wir denn haben das ist ja wieder typisch für uns ne ja kann nur uns passieren steine aber es sind die falschen steine im battle hatten wir keinen pech naja da haben wir uns so doof angestellt ja nicht spoilern das ist nämlich noch gar nicht draußen aber es kommt bald es kommt bald die letzte aufnahme ist wenn alles glatt läuft wenn das video so kommt wie wir wollen dann ist die letzte aufnahme heute ja so haben wir noch ein bisschen das gras gut wenn wir sind der ersten nacht sterben wäre wäre schon gut ne wer auf jeden fall wir sterben tun wir jetzt erstmal nicht so schnell aber wir brauchen halt echt weil äh diese flints weil ohne die da muss man noch gravel für abbauen ach halt das ist ja kein mein kopf ne stein musst du abbauen aber um stein abzubauen hast du ein pickaxe und dafür brauchst du halt flint eigentlich auch irgendwo rumliegen also hier unten ist irgendwie nichts war so wie in der richtung warum habe ich schon wieder verbindungsprobleme weiß ich nicht du hast das spiel gelöftet ich weiß oder hast du das vielleicht an dir weil du den server wusstest dass bei dir irgendwas ist ja mal gucken alle besiegen alle besiegen ja wir werden sieger sein wir haben es ich glaube es wird nacht hallo und herzlich willkommen meine liebe in seinem neuen let's play und zwar mit zu dir hallo und zwar spielen wird uns da ja das wird toll wir werden so hart ja mal gucken alle besiegen alle besiegen ja wir werden sieger sein wir haben es drauf wir gehen durch decken dünn so zu dir hat noch nie gespielt deswegen haben wir den sommer und den herbst ausgemacht damit wir erstmal so reinkommen weil sonst würden wir instant sterben wir haben uns alle schon einen charakter ausgesucht wir beide wir haben auch schon ein bisschen überlegt dass das nicht was so lange dauert und zwar nehmen wir wilson und will auf ich hab ein teddy und ich spiel gern mit feuer du bist du bist andy fällt mir gerade mal so auf die haben vorlieger vielleicht ist nachgemacht alles klar dachte ich warte bis du rauf bist aber dann habe ich gemerkt ich bin schon da hallo ja ich habe eine blume kommen die schenke ich dir willst du die blume haben komm mal komm mal komm mal wir haben wir haben hier ein wurmlauf wollen wir mal reinspringen ich möchte ich möchte eine blume schenken möchte eine blume schenken dankeschön weißt du was ich damit macht mit der blume achtung guckst du ja dass wir sehen können was der andere aufgeteckt wird in der letzten aufnahme sehr viele probleme zu finden und diese aber wird dann dadurch beendet dass ich connection schwierigkeiten hatte wir hoffen dass es jetzt besser ist ja die werde ich nicht so dass ich bekommt niemals oder vielleicht doch wie schlimm brauchen wir dann machst du deine axt und holz damit schon mal mache ich hier schon mal das gold ab ich brauche noch einen stock musste die stadt meint sorry das macht keinen sinn weil jetzt haben wir beide gold das ist ein platz weg im inventar machen den platz weg im inventar warum sind jetzt nirgends da baum ausgemacht ich weiß es nicht ich glaube bild ich bin japan Das wird jetzt zwei Stunden lang so gehen. Das wird ja spaßig. Ja, genau. Best Commentary ever. Also ich sammle jetzt ganz viel Gold. Und du sammlest ganz viel Holz, ne? Ja. Dann können wir uns nachher dann treffen und irgendwo eine Basis aufbauen. Ich habe mir übrigens ein paar Schallschluckpolster an die Wand gemacht. Aber nur so ein paar ganz kleine Platten. Die habe ich in ein Geschäft mitgehen lassen. Da war, glaube ich, eine Festplatte drin verpackt. Und die hätten die weggeschmissen. Da habe ich gesagt, nee, nee, die nehme ich. Die nehme ich mir. Das sind meine. Ich habe aber schon Spinnen gefunden, Rad. Jetzt fiel mir gerade Stöcker. Chapp, 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 chapp. Doch, Holzfällen macht Spaß. Wir sagen Friedhof. Okay. Okay. Chapp, chapp, chapp. Gibt es hier eigentlich Musik? Ja. Ich höre nämlich keine. Ich habe meine sehr leise gestellt. Extra war alles immer extrem laut. Das ist in diesem Spiel. Musik wollte mich alles auf 10. Aber ich höre keine. Hm? Da müssen wir jetzt selber Musik machen. Lalalala. Oh nein, bitte nicht. Da bist du okay. Ja, ich habe... Hallo. So, ich habe jetzt 19 Holz. Was mache ich jetzt damit? Ich gehe jetzt. Tschüss. Damit ist noch mehr Holz. Ich habe aber keine Hacke... Achse. Dann musst du dir eine neue machen. Hier sind erste hier unten. Ich habe schon. So, dann nehme ich die mit. Oh, dann brauchen wir auch Essen bald. Oh, hast du Holz liegen lassen übrigens? Habe ich nicht. Hast du vor. Nein, habe ich nicht. Oh, ich habe es gerade gesehen. Nein, hast du nicht gesehen. Ja, ich wollte. Nein. Das ist Einbilderung. Ja. Ah, der Donner. Angst. 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 Wie ist der Nachbarvogel? Es sind voll viele Vögel. Ja. Gibt es ja nicht auch Wölfe? Auch. Der kommt schon. Der kommt schon angelaufen. Der Kackvogel. Geh weg. Greifen die dich an? Ja, der läuft hinterher. Oh, süß. Er hat Angst, dass ich sein Eiklau. Dabei hat er noch gar keine Ahnung. Er will dich knuddeln. Wie hat er nämlich pieksen mit seinem Popo? Er will... Mit seinem... Alter, was? Mann. Du musst mal in die Nähe gehen und dann abhauen, rechtzeitig, damit er dich nicht trifft. Du siehst du das? Wie er runter geht mit seinem Arsch. Ich hab gedacht, ich wär hier der Verrückte. Aber nein. Äh, was ist eigentlich gerade nach? Oh, oh. Ja, ja, ja. Hilfe! Wie geht das? Hast du ne... Hast du... Hast du Gras für ne Fackel? Nein! Komm zu mir! Wo bist du? Ich bin zur Seite gelaufen. Ich seh dich nicht. Warte, ich mach... Ich mach... Licht im... Ah! Ich seh dich auf dem Minimum nicht. Du bist so klein. Da! Da, wo du gefällt hast, meinst du, hat viel Licht. Lauf nicht ins Feuer. Ich bin... Ich bin ein Geist. Ja? Hi. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Wo bist du? Ich bin da, wo du gefällt hast. Ach da! Ich hab das Feuer gefunden, aber ich bin halt ein Geist. Hallo! Siehst du mich? Oh! Ja, gut. Ja? Haben wir das? Ähm... Ähm... Ich weiß gleich, was mein Teddy überhaupt macht. Ich weiß nur, dass ich ihn habe. Kann er mich wiederbeleben? Nein, kann er nicht. Ja, ich mach mich... Ich mach mich gleich ran und... Und... Sorg Sachen um dich. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch mit dir. Das muss ich dir ja mal sagen, ne? Ja, danke, Wann. Weil ich muss jetzt erst mal... Das kann ein bisschen dauern. Ich muss jetzt erst mal Forschung betreiben. Ich schau dir jetzt erst mal deine Sachen. Ey! Mein Körper! Das ist... Du weißt, dass du mir schadest, ne? Wie meinst du das? Weil du mich verrückt machst. Du bist ein Geist. Ach so. Ja, dann... Ja, warte, ich beeile mich ja so. Wie lang dauert das? Ja, ich baue jetzt hier diese... Die Maschine auf. Wäre es schneller, eine neue Welt zu machen? Wahrscheinlich. Die Frage ist, wollen wir nochmal... Ja, komm, dann fangen wir neu an. Das bringt so nichts. Gut. Denn... Fail 3. Was macht dieser Vogel da? Hallo und herzlich willkommen meine Lieder zu einem neuen Let's Play. Nicht alleine, wir zählen dir. Hallo. Wir spielen Dunster. Together. Together. Wupp, wupp. Am dritten Mal. Ja, zum dritten Mal. Ja, zum dritten Mal. Pssst. Das ist mir egal. Ich habe es eh davor geschnitten. Ja. Ihr habt es schon gesehen. Wir hatten gerade schon einen Versuch. Der war nichts... Wir wissen, welche Charakter wir nehmen. Wir gehen rein, oder? Ja, wir gehen rein. Wir nehmen Willow und Wülsten und Blah und... Spielen, jetzt. Wir sind einfach dumm wie sonst was. Feuer, Feuer, jetzt, Feuer. Und wir gehen wieder ins Wurmloch. Das ist ja dieselbe Map. Ja. Wir haben einfach jetzt zurückgesetzt auf Tag 1. Ja. So, diesmal achten wir drauf, wann es dunkel wird. Feuer, Feuer, Feuer. Und wir gehen nicht mehr so weit voneinander weg. Nee. Das war nämlich der größte Problem. Der größte Problem. Ja. Was brauche ich denn für Feuer? Wir müssen den Stein sammeln und du sammelst wieder Holz. Und dann treffen wir uns. Weil wir brauchen halt beides. Und wir müssen beide leben. Ja, aber das kriegen wir hin. Das habe ich vorher auch gedacht. Wir waren eigentlich gut dabei, bis es dunkel wurde. Ja, dunkel wird es halt im Leben manchmal. Chapp, 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 chapp. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann. Dieses, let's play wird lustig. Chapp, 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 chapp. Let's play wird definitiv lustig. Was das ist super, ja. Das Beatlet's Play of the Wheel. Chapp, 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 chapp. Achso, jetzt müssen wir nochmal erklären. Wir haben den Herbst und den Sommer ausgestellt. Was einfach ein bisschen krass ist für uns. Snoop's und Studio als komplett Neuling in Don't Star. Ja. Ich habe schon viel alleine privat gespielt. Ich habe halt nur ein paar Let's Plays gesehen. Zwei an der Zahl. Und es wird dunkel. Wo bist du? Was? Wieso wird es jetzt schon dunkel? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind so scheiße. Wir sind so scheiße. Ich bin so scheiße. Ich bin so scheiße. Ich glaube, ich bin bei dir. Hast du... Feuer gemacht. Ich mache hier überall Feuer, wo ich laufe. Ich sehe das Feuer nicht. Das ist richtig scheiße. Ich bin relativ mittig auf der Map. Mittig. Ah ja. Okay. Ich wurde einmal getroffen. Aber ich lebe. Okay. Es wäre fast wieder passiert. Wir sind so, dass wir sind so schlecht. Ich meine es über ein Feuer. Weil wenn du die Bäume danach dann hackst, wenn die verbrannt sind, dann haben wir Kohle. Kohle ist gut. Okay. Kohle. Aber nicht so lange sie brennen. Kohle, Kohle. Und nicht ins Feuer laufen. Du tust da Schaden. Das habe ich mir schon fast denken können. So. Ich habe jetzt nur noch Hälfte Leben. Nur das Lust. Und ich bin schon ein bisschen verrückt, weil ich irgendeine Monster bin. begegnet bin. Ähm. Blumen essen. Das gibt ihr Leben. Und macht Verrücktheit weg, wenn du Blumen pflückst. Weil logisch, ne? Blumen pflücken macht. Ja. Und am Kopf. Ja, genau. Ist ja, ist eigentlich immer bekannt. Doch, ja. Spiel klingt logisch. Ja. Wir sind, wir sind nimmst Blumen, Jenny. Das ist ein bisschen unvorteilhaft. Ja. Bisschen unperformant. Ja. Du musst ja eben warten, bis die Nacht vorbei ist. Kann ich die? Kannst du ja auch. Hauptsache, da wird es jetzt dunkel. Hauptsache, ich bin nicht schon wieder gestorben. So, wird jetzt gleich hell. So. Die sind, das ist halt alles nass, ne? Ja, das ist wurscht. Es ist zart. Wir gehen jetzt mal hier so schräg hoch. Nimm du mal die Kohle mit, ne? Kohle, 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 Kohle. Weil wir brauchen heute noch mehr Stein und Gold. Und dann gehen wir ein bisschen hier nach oben, weil da gibt es keine... Achso, hier ist jetzt ein Solar, oder? Nein, ne? Soll ich noch mehr Kohle mitnehmen? Ja, alles, was da in verbrannten Bäumen ist. Ich gehe erstmal nur nach oben. Und sammle, was hier so licht. Jetzt höre ich die Musik. Was ist das? Alles gut. Ich glaube, jetzt muss ich das noch ein bisschen lauter machen. Oh mein Gott. Also du bist definitiv lauter als das Spiel. Bei mir ist die Musik so leise. Du bist so laut, ich kann die Musik lauter machen. Du bist ja am Schreien wieder. Ja du, ich lebe. Ich lebe für das Let's Play. Wir sind hier nicht bei Minecraft, leben, ja? Das darfst du nicht. Ich darf nicht leben? Nee. Sollen wir es wieder so machen wie letzte Aufnahme? Da habe ich auch nicht mehr gelebt. Willst du das wieder haben? Okay, und es ist doch kein Gold. Wir müssen, also hier oben, müssen wir doch Richtung eher nach unten gehen. Okay, dann shoppe ich noch ein bisschen, bis du vorbeikommst. Komm, ich komme zu dir, ja. Ich schreibe dich ab. Meine Axt, die ist kaputt. Okay, du bist ein bisschen sehr aufgedreht. Äh, jetzt bin ich bei neuen Projekten immer. Wissen du jetzt. Ich bin da, wo eben alles gebrannt hat. Hi. Hi. Ich sehe dich, okay. Ich gehe so ein bisschen so schräg rüber. Ich komme auch, Moment, ich habe noch jetzt das Holz. Ich komme. Ach, komme. Es wird gleich dunkel, aber das ist noch die harmlose Nacht. Wie, jetzt gibt es schlimmere Nächte? Ja, klar. Also das ganz Dunkle. Am Anfang ist es ja nur so ein bisschen Dämmerung. Ich kann nicht ja nicht sagen, dass ich dich tagsüber nicht, also wenn es dunkel war, dass ich dich dann nicht mehr sehe. Also, dass ich sehe, wo du bist. Ja, das ist ein bisschen doof. Also, wenn du die große Map aufmachst, dann siehst du uns größer. Also, wenn du M drückst, ne? Hilft dann vielleicht. Alter, das leckt aber gerade. Da hinten ist ein Viech. Das leckt, das ist der Vogel wahrscheinlich. Das leckt richtig krass. Und wie das leckt? Du, das funktioniert irgendwie nicht so richtig gerade. Ich kann nichts abbauen. Ja, ich habe Connection lost. Ha! Das hatte ich vorher auch. Okay. Geh mal wieder rein. Ähm. Ich lag also nicht daran, dass ich losse darf. Warte. Äh, d-d-d-d-d-d. Spiel beitreten. Passwort eingeben, streng geheim. Das weiß keiner. Hm. Akira. Es war kein Vogel, was ich gesehen habe. Äh. Es war ein Monster. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Wir können eine komplette Dunsterabfolge hoffen. Wir können einfach nur failen, ey. Das kann man alles in so einer Folge zusammenschneiden. Was läuft schief mit uns? Ich weiß nicht. Was war das für ein Monster? Wo war es denn? Du zeig mir das. Wie kann ich dir das zeigen? Indem du dahin gehst. Okay. Ich glaube, es ist das. Das da. Ja, das ist doch der Vogel, den ich meinte. Ja. Du hast ihm Angst. Als Geist. Verpiss dich. Geh weg. So. Das ist... Ja, das ist... Guck dir da. Hast du gesehen? Der Piks. Ja. Und da bin ich dran gestorben. Ja, was machen wir jetzt? Ähm. Plan A. Soll ich noch zurückziehen? Gut. 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 Ja, und das war es dann mit der 0. Special-Folge von Don't Stopped Together. Hoffe, euch haben die paar kleinen Fans gefallen. Die erste reguläre Folge gibt es dann, wenn alles gut läuft. Morgen um 15 Uhr bei mir und bei Alkira auf dem Channel. Ich hoffe, ihr freut euch. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss, silly. Tschüss.